Das Konzert – Veranstaltung, bei der Musik gemacht wird. Ich gehe gerne auf Konzerte. Besonders gut finde ich Open-Air-Konzerte. Sting geht dieses Jahr auf Konzerttournee. Richtig, korrekt, das Gegenteil von falsch. Ich habe in der Prüfung alles richtig gemacht. Die Hose gefällt mir nicht, sie hat nicht die richtige Farbe. Meine Uhr geht nicht richtig, sie geht falsch. Der Strom – Elektrizität, die durch Leitungen fließt. Der Strom ist weg, wir haben einen Stromausfall. Ich möchte versuchen, Strom zu sparen. Der Strom kommt aus der Steckdose. Weshalb? Anders für, aus welchem Grund. Auch, warum. Weshalb sollte ich dir das sagen? Ich bin krank, weshalb ich nicht in die Arbeit gehen kann. Er ist frech, weshalb sollte ich ihm helfen? Das Problem – Schwierigkeit, die man lösen muss. Ich hätte gerne eine Katze. Das Problem ist meine Katzenallergie. Hast du ein Problem mit mir? Du weinst ja. Hast du Probleme? Kündigen – etwas beenden. Ich habe keinen Job mehr. Mir wurde gekündigt. Ich habe die Kündigung eingereicht. Ich habe meinen Telefonvertrag gekündigt. Die Hochzeit. Heirat von Mann und Frau. Ich lade dich herzlich zu meiner Hochzeit ein. Ich habe sie auf einer Hochzeit kennengelernt. Warst du schon mal auf einer türkischen Hochzeit? Genug – anderes Wort für ausreichend. Nimm dir gerne Salat. Es ist genug da. Du kriegst nie genug. Haben wir noch genug Wasser im Haus? Der Herd. Gerät, auf dem man kochen kann. Komm schnell rein. Ich habe eine Pfanne auf dem Herd. Ich stelle den Topf auf den Herd. Ich möchte kochen. Die Herdplatte ist noch heiß. Sei vorsichtig. Populär – anderes Wort für beliebt, weit verbreitet. Es ist sehr populär, ein Elektroauto zu fahren. Lady Gaga ist eine sehr populäre Sängerin. Ich wäre so gerne populär. Das war Slow German, der Podcast zum Deutsch lernen. Mit Annik Rubens. Mehr gibt es auf www.slowgerman.com